Also, jetzt geht es offiziell los. Wir haben ja ein Talkformat mit Michael Lüthi von der Kunstakademie Stuttgart entwickelt und auch schon durchgeführt, was auch eine Fortsetzung im Oktober und Dezember erleben wird, mit verschiedenen Talkrunden, die sich alle so im kunstwissenschaftlich-gesellschaftskritischen, ja, kunstphilosophischen Raum bewegen. Und ich dachte jetzt, nach unserem doch sehr intensiven, erkenntnisreichen Vormittag ist es nicht schlecht, wenn wir in der Runde der Referenten, der bisherigen Referenten, vielleicht die ein oder andere auswertende, das Kolloquium begleitende Diskussion untereinander entfachen. Es muss nicht lange gehen, aber vielleicht hat der eine oder andere Fragen, die sich jetzt ergeben haben aus den Referaten oder auch unser Publikum, hat die ein oder andere Frage. Ich würde beginnen mit der Frage an die Runde, nach dem, was wir jetzt gehört haben an bedrohlichen Zukunftsszenarien, an geplatzten Utopien, welche Rolle hat jetzt tatsächlich die Kunst in den aktuellen Diskursen? Vielleicht kann man dazu nochmal etwas sagen, George hat sich schon positioniert, aber mich würde im Kontext dessen, weil wir ja gestern relativ sprachlos waren bei der Frage, nochmal eure Haltung dazu interessieren. Also ich gebe an euch weiter und mische mich dann immer mal wieder ein, genau wie ihr es gerne auch dürft. Also bevor wir hier in Sprachlosigkeit versinken, mache ich mal den Anfang, weil ich ja quasi der Kunstfernste hier bin, qua Profession einfach. und ich jetzt von meiner eigenen Erfahrung ausgehend, einfach der letzten 40 Jahre, in denen ich irgendwie in dieser Welt unterwegs bin, mit manchmal offenen Augen und mich einfach als Laie sehr für die Künste interessiere, mehr noch eigentlich die Künste brauche wie den Grüntee morgens, damit es mir einigermaßen gut geht, ich ohne das also überhaupt nicht leben kann. Ich habe die Diskussionen, die also um die Künste und auch innerhalb der Künste geführt wurden, immer wahrgenommen habe als Positionierungen zu X. Das fing in den 70er Jahren an mit der Positionierung der Künste zur Politik und zur Post-68er politischen, substanziellen Veränderung der Gesellschaft. Das ging in den 80er Jahren weiter mit der Rolle der Künste in dem Postmoderne Diskurs, der Auflösung der einen großen Erzählung, was kann die Kunst dazu beitragen. Das fing in den 90er Jahren an mit der Durchsetzung eben des Neoliberalismus, wo ich gestern Abend von gesprochen habe, und der Frage, wie verhalten sich die Künste zur Wissenschaft, und zwar zur Naturwissenschaft, nicht zur Geisteswissenschaft. Und jetzt wieder 20 Jahre später oder 15 Jahre später verhalten sich die Künste zum Anthropozän. Also in meiner ganz bescheidenen kleinen Lebensspanne von 40 Jahren haben wir vier Außenpositionen, zu denen sich die Künste verhalten sollen. Und wenn ich das bedenke, dann taucht erstens die Frage auf, warum hat eigentlich die Kunst immer dieses Bedürfnis, sich zu irgendeinem der Großprobleme, die gerade in gesellschaftlichen Diskursen verhandelt werden, in irgendeiner Weise zu verhalten. Ist das ein Minderwertigkeitskomplex, ist das eine Art Irrelevanz, Kompensationskompetenz, oder was passiert da eigentlich? Das Zweite, und das ist jetzt wiederum auch eher eine, also Sie merken, ich spreche eher persönlich, eher aus meinem eigenen Erleben. Ich persönlich muss sagen, dass ich gerade auch in diesen vier Phasen diejenigen künstlerischen Beiträge immer am interessantesten finde, die genau diese Diskurse oder diese Positive, den Begriff der Narrative benutze ich nicht mehr, weil der einfach vollkommen abgelutscht ist, also ich habe ein Moratorium, aber zu all diesen Positionen, wenn die Kunst sich dazu subversiv verhält. Das heißt, wenn sie es unterläuft, wenn sie das in Frage stellt und wenn sie andere Perspektiven, die aus einer theoretischen, begrifflichen, statistischen, experimentellen, naturwissenschaftlichen, philosophischen Position kommen, wenn sie die aufgreift und damit etwas macht, was in eine andere Richtung weist. Dann fand ich es immer am interessantesten. Ich behaupte keineswegs, dass sich damit die Aufgabe der Kunst erschöpft, ganz und gar nicht. Sie hat noch andere Aufgaben. Aber im Hinblick auf Ihre Frage würde ich sagen, ist das das Schönste, was Sie tun können. Ja, George, möchtest du ergänzen? Ja, also weiterleiten, also das sind natürlich ganz hochinteressante Ansatzpunkte. Also zuerst mal zu diesen vier Positionierungen der Künste innerhalb der letzten Jahrzehnte. Das kommt, glaube ich, aus einer großen Betroffenheit heraus. Natürlich ist es ja so, dass die Künste kommunizieren wollen. Also wir sind ja nicht irgendwie Hermetiker irgendwo in einem Glaskäfig, die nicht irgendwie mit der Gesellschaft in Kommunikation treten wollen. Also die Künste wollen kommunizieren, deshalb nehmen sie natürlich eine Haltung ein und eine Stellungsnahme zu diesen Fragen. Aber genau da besteht auch eine große Gefahr, zum Beispiel der Instrumentalisierung durch andere Partikularinteressen. Aber dann kommt der wirklich wichtige Punkt, nämlich eben, wie kann man Freiheit, und das wäre jetzt das Schlagwort, wie können wir denn diese Freiheit kreativ anwenden? Weil es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt bei den Naturwissenschaften oder in der Politik oder wo immer anbieten, sondern eben quasi als Undercover Agents subversiv zum Beispiel arbeiten. Das ist die Strategie, die ich selber betreibe, wenn ich an diesen Konferenzen bin, egal, Klimakonferenzen, irgendwelche Umweltkonferenzen, wo meistens eigentlich nur Lobbyisten und Politiker sind. Das hat einen subversiven Aspekt. Und aus diesem subversiven Akt, der oft auch damit definiert ist, dass sie wissen gar nicht, wer ich eigentlich bin, das ist auch ein Freiraum, der das mir dann eben genau... Manchmal hilft das. Manchmal hilft das. Ja, das hilft eben extrem. Und ich denke zum Beispiel jetzt an einer Ministerialsitzung an der Klimakonferenz in Bonn, die wussten keine Ahnung, wer ich war. Die haben gedacht, ich bin Mitglied einer Delegation von sowieso. Genau, das ist ein Freiraum. Und aus dieser Subversion heraus dann Strategien entwickeln, wie können wir mit Kreativität gegen Vorschläge oder Gegenpositionen formulieren. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben, und das finde ich extrem interessant. Ich verstehe mich innerhalb genau von diesem Kontext über all die Jahre. Aber auch mit dieser Ambition, das überhaupt zu machen. Der Trick ist, wie kann man subversiv arbeiten, wenn man nie zugelassen wird. Dort ist ein riesiges Vakuum. Das ist jetzt, finde ich, ein absolut interessanter und entscheidender Punkt, weil ich frage mich, ich bin seit über zehn Jahren in der Schweiz, warum es ein WEF gibt für die Wirtschaft in Davos und kein KunstWEF. Und warum eigentlich die Kunst noch sozusagen die Garnierung spielt, das Sahnehäubchen, wenn dann Hollywood einfährt in Davos, für das andere Davos, anstatt sozusagen trotz aller Subversivität, die ich auch wichtig finde, mal aus der Deckung zu kommen. Und diese Minderwertigkeitskonflikte oder Komplexe, die ich auch beobachte, abzustreifen und zu sagen, ja, wir führen unsere eigenen Diskurse und das sind andere Diskurse. Und die sind vielleicht auch Gegendiskurse, zu denen, die ich eben beschrieben habe. Aber ich sehe Widerstand, Herr Hagner. Darf ich nur eine Rückfrage stellen? Als Laie wiederum. Ich dachte immer, es gibt so etwas in der Schweiz, was das Pendant zum WEF ist. Die Art Basel. Was ist denn das dann? Ich glaube, das hat aber ein bisschen eine andere Funktion. Bitte? Ich glaube, dass die wirklich eine andere Funktion hat, dass das auch ein Instrument des Kunstmarktes ist, mehr als alles andere. Und ich glaube, so etwas Weltweites, was wirklich auch Diskurse vorantreibt, eine Pionierfunktion übernimmt, ich glaube, da könnte man schon nochmal nachladen. Aber das WEF macht genau das Gleiche. Also, man sieht es ja in den grandiosen Arbeiten von Jules Spinatsch. Also, der ja nun der tollste quasi Beobachter, subversive Beobachter von Davos ist, soweit ich das beurteile, also für mich, soweit ich das sehen kann. Und insofern, also, wenn man quasi die Art Basel kritisiert, was ja vielleicht mit guten Gründen passiert, dann ist dasselbe aber doch für das WEF auch zu sagen, oder? Bedingt, ja. Ja, und man könnte natürlich auch die Art Basel kapern. Wenn man wieder mehr zum Straßenkämpfer werden würde, könnte man natürlich auch während der Art Basel diese Diskurse anschieben. Was meinen die Herren der Uni Bern? Also, wenn ich kurz antworten kann. Also, ich finde erst mal den Vorschlag oder auch die Diagnose von Michael Hagner und den Vorschlag subversion total überzeugend. Und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall ähnlich sehen. Aber ich würde noch was hinzufügen. Ich glaube, es gibt auch so eine immanente Formulierung von Politik und von Ethik in der Kunst. Und ich glaube, da müsste man wirklich historisch ein bisschen weiter ausholen, was wir ja eben mit dem ökologischen Imperativ vielleicht auch teilweise tun, wenn wir das als eine Erweiterung des kategorischen Imperativs verstehen. Und ich denke mal, das kann man wirklich gut verstehen in der Zeit um 1800. Da wäre es eben dieses Verhältnis der Dichtung zur Philosophie gewesen. Die bildende Kunst hat da noch nicht so eine starke Rolle gespielt, denke ich, weil die Malerei, Kaspar David Friedrich oder so, noch nicht in diesem konkreten Verhältnis stand, wie das eben war zwischen den Romantikern in der Literatur oder Hölderlin und den klassischen Philosophen aus der Zeit. Und da ist eben, glaube ich, die Problematik, und die werden wir, glaube ich, nicht los, ist, dass die Kunst dann später im 19. und 20. Jahrhundert, wo sich sozusagen dieses poetische Potenzial auf andere Bildkünste erweitert hat, auf den Film erweitert hat, dass die einfach ihr ethisches und politisches Potenzial nicht expliziert. Oder was heißt Explikation dann dort? Wir haben beim kategorischen Imperativ und beim ökologischen Imperativ eine Explikation. Das ist ganz klar, was Jonas da schreibt. Da gibt es keine Verständnisprobleme. Und wir haben bei George Steinmann eine poetische Dimension, wir haben das noch bei anderen Arbeiten noch viel, viel stärker, er arbeitet da sehr aktivistisch. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was man erst mal so schnell nicht los wird. Und ich glaube, was da aber interessant ist, ist eben auch ein Vorschlag, der aus der Romantik kommt, Kunst und Kunstkritik zusammenzudenken. Und da eben, und das ist ja im Prinzip auch, was wir aus der Kunstgeschichte, zum Teil tun. Also nicht sozusagen nur einen historischen Kontext zu liefern, sondern wirklich auch zu intervenieren und eben einen interessanten Dialog herzustellen zwischen dem ethisch-politischen Potenzial der Kunst und dann einer Explikation. Aber das ist eine Schwierigkeit. Ich glaube, die werden wir nicht los. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, klar, dass es dieses Potenzial gibt. Wir hatten gestern über diese Kafka-Zeichnungen gesprochen, die jetzt wieder entdeckt wurden. Ich glaube, viele wären der Ansicht, dass Kafka der beste Jurist oder Rechtsphilosoph oder Theologe des 20. Jahrhunderts war. Aber natürlich ist es nicht explizit. Aber was der macht in den Texten über diese Fragen, und das ist so tiefsinnig, aber es ist nicht expliziert. Das müsste dann eine andere Instanz machen, eine Theologie, eine Rechtswissenschaft. Ich glaube, das ist erst mal nicht so leicht, weil die Gesellschaft natürlich Explikationen verlangt und klare Statements. Wenn Sie nicht möchten, Herr Schneemann? Doch, doch. Rika hat dann ihren großen Auftritt, weil Rika ja beide Positionen vertritt. Also Künstlerin und auch jemand, der, wenn ich das alles richtig verstanden habe, unterrichtest du ja auch. Aber nein, Herr Schneemann, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Nein, ich würde gerne zur ursprünglichen Frage nochmal zurückkommen. Also wir sind so bei persönlichen Positionierungen und tatsächlich würde ich unterschreiben, dass es um Praktiken geht und dass diese Praktiken, ob sie nun subversiv sind, ob sie einen Bezugspunkt haben, die sind nicht von der Kunst nur ausschließlich selbst formuliert und als Anspruch aufgestellt, sondern tatsächlich werden gesellschaftlich verhandelt. Und also sozusagen, das ist nicht eine unpolitische, freie Entscheidung, sondern das spiegelt sich eben in Formaten der Kunstausbildung, es spiegelt sich in Formaten einer Art Basel. Das sind mächtige Strukturen, die dort Erwartungshaltung, Rollenzuweisung etc. vornehmen. Und grundsätzlich sind diese auch wechselnden, auch fremdbestimmten, in Bezugssetzungen oder, ja sozusagen, was eben angesprochen worden ist, finde ich die sehr produktiv. Und erst dann kann ich auch subversiv sein. Wenn ich subversiv bin, ohne dass ich gegen einen Anspruch mich ausspreche, wenn ich sozusagen sage, die Kunst hat keinen Bezug zur Gesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft etc. Es ist ein völlig in sich abgeschlossenes Feld, das Modell hatten wir ja mal, dann, ja, das finde ich nicht mehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Und das Subversive an sich, kann man natürlich sagen, ist auch eine sehr strapazierte, wie soll man sagen, ein strapaziertes Kriterium. Also es gibt so bei Pro-Seminar-Arbeiten das Phänomen, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann, letztendlich ist ein Werk immer subversiv. Und dann sagen wir, also dann bitte konkreter. Ja, oder gebrochen, oder nicht so, ja, das Gebrochene. Es ist eine Aussage, aber die ist in sich gebrochen. Und diese Form der Reflexion, die ist für mich heute durchaus zu verorten in den Praktiken. Und dort diese Widersprüchlichkeiten, das Scheitern, interessanterweise haben wir das ganze Kolloquium überhaupt nicht über das Scheitern gesprochen, was eines der wirklich spannenden Konzepte ist, was das heißt. Das heißt, tatsächlich nicht die Aufgabe zu erfüllen, sondern in der Ausformung und in der Formulierung, in dem Appell zu scheitern. Und damit ein Stück diese, vielleicht sprechen wir da über das Gleiche, Scheitern kann auch subversiv sein. Ja, also dieser Entzugsmoment oder diese Fragilität wäre noch ein Begriff, der mich interessieren würde. Ja. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, den wir auch vor 14 Tagen mit Michael Lüthi hier auf dem Podium hatten, dass der Künstler eigentlich der letzte unabhängige Abenteurer ist. Also der letzte, der sich sozusagen selbst in Konfrontation bringt mit der Welt. Rika, wie würdest du das beschreiben? Gibt es für die Künstlerin in dir sehr, sehr viel neuzeitliche Herausforderungen? Ihr müsst nicht nur Werke erschaffen, ihr müsst sie auch beschreiben und kommunizieren können, reflektieren. Also diese vielen Nöte, ihr könnt teilweise auch von der Kunst ja viele Kolleginnen von dir noch nicht so leben, wie man es sich vorstellt. Das heißt, man hat dann auch wirklich mehrere Funktionen oder Berufe in seinem Dasein. Also man kann die wenigsten leben, das ist ja konsequent, das Modell der Künstlerschaft. Was fällt dir dazu ein? Also eigentlich ganz am Anfang habe ich schon daran gedacht, dass es wurde jetzt mehrmals erzählt, auch wieso die Künste eigentlich was beibringen können, also mittragen, auch jetzt in unterschiedlichen Arten und da die Minderwertigkeit ist eigentlich für mich nicht spannend zu diskutieren, sondern vielleicht muss ich noch was von meinem Background erzählen. Ich komme von einer Naturwissenschaft-Familie. Mein Vater ist Physiker, meine Schwester ist Biochemikerin und arbeitet in der Virologie. Ich frage, für mich kommt eigentlich jetzt relevant in die Frage, was will eigentlich die Ökonomie, die Akademie und die Wissenschaft von uns? Weil klar ist, wie George Steinmann sagt, wir wollen mitreden, wir wollen eine Stimme haben, wir sind nicht außerhalb, wir sind dabei. Aber jetzt kommt ganz viel auch zu uns, also einerseits durch diese Akademisierung und wie wir angefangen haben mit Eid to Eid, das ist ein Vortrag gestern, wo Natur auf die Bühne kommt mit dem Theater, das ist eigentlich der Beispiel, wo die Wissenschaft und die Theorie durch die Kunst eine Stimme bekommt, weil die Sprache, das Publiktum zu erreichen in einer Spezialität, in der Sprache der Wissenschaft, da gibt es die Lücke, es gibt diesen Gap und vielleicht ist ja dann auch, dass ich manchmal spüre, dass es kommen auch Wünsche, dass die Kunst etwas kommunizieren kann, wo die Sprache nicht immer zugänglich ist oder wo dann halt die Wahrnehmung und die Erfahrung und die Übersetzung und darum, ja, wir können über Minderwertigkeit sprechen, aber wir können es auch umkehren, vielleicht ist es auch eine Zeit, wo gerade durch diese Potenzialen, die schon in der Kunst waren und die Politisierung, das Aktivismus, das Scheitern mit dem Anthropozän eine auch eine Praxis ist, also wiederholen natürlich hier, aber da stimme ich auch zu und ich merke, dass das auch so eine Entwicklung da ist, weiß nicht, ob das jetzt historisch, vielleicht gab es es auch schon, aber ich merke, dass irgendwie jetzt auch sowas passiert und dass es Theoretikerin spezifisch sagen, die Kunst kann das was und wir nicht Künstlerinnen immer nur sagen, wir ändern die Welt, nein, eigentlich wir sagen, wir ändern nichts, aber nur im Kleinen, oder? George, ganz kurz, der Herr Steinmann, ich habe es gehört, das Grummeln, wollte kurz etwas dazu sagen, oder? Nein, nein, ich habe nur eine eigene Frage noch. Ah, okay, dann George, ganz kurz, du wolltest das kommentieren? Ja, ganz kurz, einfach das Thema der Kommunikation, was jetzt meine Kollegin aufgegriffen hat, das finde ich natürlich ganz explizit wichtig, weil es geht eigentlich um ein Vakuum oder einen Gap, wie du das gesagt hast, oder? Den ich immer und immer wieder spüre zwischen verschiedenen Formen von Wissen. und diesen Gap, den gilt es zu überwinden. Also nehmen wir zum Beispiel die IPC-Reports, die grossen Klimareports der UNO, das sind insgesamt, die lösen die Ports 6500 Seiten, mit extrem viel verschiedenen Grafiken und Scales und Facts und Figures, die können wir nicht lesen, wir verstehen sie nicht, die Gesellschaft versteht sie nicht, also gibt es dort ein Kommunikationsproblem. Und daher bin ich ganz klar Ihrer Meinung auch, wir können es mit einem anderen Vokabular vielleicht auch transparenter machen oder mindestens einen Brückenschlag herstellen. Und in dem gehört auch dazu, was Peter Schneemann gesagt hat, nämlich das Scheiten. Ich habe heute Morgen gesagt, die Verletzlichkeit. Das ist etwas, das mir am meisten auffällt in all diesen Konferenzen, wo ich da bin. Keiner gesteht ein, dass er verletzlich ist und dass er allenfalls auch scheitert als Politiker. Sie wissen immer die ultimative richtige Lösung. Und da sind wir als Künstler natürlich Personen, wir haben eine andere Strategie von Empfindung und da gehört vielleicht im Prozesshaften das Scheitern auch dazu. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, den die Politik eigentlich lernen müsste. Sie müssten dazu stehen, dass sie verletzlich sind und dass sie wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich sogar auch nicht immer die ultimative Wahrheit zu irgendetwas wissen. Okay. Peter Schneemann. Vielen Dank, George. Peter Schneemann. Das wäre jetzt ein bisschen nochmal eine andere. Ja, gerne. Weil ich einfach gerne die Runde nutzen möchte, um eine Frage zu stellen. Im Rahmen des Kolloquiums haben sich sehr viele Schnittmengen ergeben. Ich muss sagen, es hat mich fast überrascht, wie bestimmte Themen, Problematiken, Fragestellungen in allen Vorträgen auftauchten, bis hin zum Vokabular und damit meine ich nicht nur das Vokabular jetzt etablierter kanonischer Diskurse, sondern sozusagen Benennungen von Phänomenen dieser Praktiken, dieser Imaginationen, dieser Funktionszuweisungen von Kunst. Eine Sache, die mich extrem reizt und die wir auch im nächsten Semester aufgreifen werden und die tatsächlich ein erstaunliches Kontinuum waren vom Titel, die Frage nach dem Ende über den Vortrag zu Richter wurde darauf verwiesen auf dieses den Endpunkt, das Nichts, wo nichts mehr ist, dann die Erinnerung an die Katastrophe, die eigentlich umschlägt in eine Warnung vor der kommenden Katastrophe, die Bildmedien, die als Found Footage aus der Kulturgeschichte aufgerufen werden, der Zeithorizont, der sich von dem Morgen der Avantgarde, wie leider Aßmann das so schön formuliert hat, komplett verschoben hat jetzt in geologische Zeitalter, also wie wir sozusagen Erinnerung, Spur, das fiel ja auch Nachhaltigkeit, Konservierung, eigentlich verhandeln, extreme Zeitbegrifflichkeiten, wir rufen die Zeit ständig als Kategorie auf und dann kommt ständig, es ist jetzt, es ist ein Now. Also solche Phänomene, so anachrone Konstruktionen, die sehr schön in dem Vortrag von Toni Hildebrandt auch deutlich wurden, sozusagen diese Erinnerungskultur, die einer Zukunft dienen soll oder anders gesagt die Utopie von morgen verhandeln wir in Bildern, Ästhetiken, die super retro sind. Ja, also ich finde das tatsächlich eine verrückte Geschichte, es gibt jetzt viel sozusagen, wenn ich nochmal Dokumenta erwähne, da ging es eigentlich auch um vergangene Utopien der 60er Jahre, an die erinnert wurden, in die Künstlerinnen und Künstler verstorben, aber eigentlich als Zukunftsmodell. Also das interessiert mich auch sozusagen als wissenschaftliches wissenschaftsgeschichtliches Paradigma, dieser enorme Aufruf von Zeitlichkeit als Dimension. Wir müssen jetzt handeln, es ist fünf nach zwölf, aber wir erinnern uns und schauen uns an, welche Spuren wir in der Vergegenwärtigung von Katastrophen, ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist, aber diese fast Kakophonie von Zeitskalen, das wäre so eine Frage in die Runde, weil es tauchte überall ständig auf. Naja, gerade ist das Buch von meinem Kollegen und befreundeten Kollegen Philipp Sarrazin erschienen, 1977, das zu Recht große Aufmerksamkeit erfährt und besprochen und diskutiert wird und Sarrazin macht genau das, er nimmt das Jahr 1977 als eine Art Schmelztiegel, in dem also bestimmte Tropen und bestimmte Diskurse der Moderne aufhören und etwas Neues anfängt und damit Keimzellen zu dem Denken, zu der Mentalität entwickelt werden, die unsere heutige Gegenwart ausmachen und was dann daraus als Substanz übrig bleibt, um dann in die Zukunft zu gucken, das muss dann eigentlich jeder mit sich selbst ausmachen und da muss man schon sagen, sagen wir, wir sind sehr vergangenheitsorientiert in den letzten 50 Jahren, das war eben bis in die 70er Jahre anders, die 68er und die Utopisten unterschiedlicher marxistischer Couleur waren nicht sonderlich vergangenheitsorientiert, sondern die sind eigentlich einer hegelschen Geschichtsphilosophie gefolgt und und haben in die Zukunft geblickt und Vergangenheit war wichtig, um das zu wissen und bestimmte Daten zu haben, französische Revolution, 48er Revolution, Erster Weltkrieg, Vernichtungslager, Atombombe, das ist okay, aber in dem Sinn eine Erinnerungskultur hat es da ja nicht gegeben, das ist ein Phänomen nach dem Ende der Moderne, und insofern hat also ich bin mir nicht ganz sicher, wo das utopische Potenzial dieser Vergangenheits Aufmerksamkeit liegen soll. Ich habe eher den Eindruck, dass das in einer gewissen Ratlosigkeit verbleibt und davon und das, was jetzt unsere Situation betrifft, ist Zukunft eigentlich eher im Sinne einer eines Endes zu verstehen, nämlich möglicherweise das Ende der Menschheit. Was uns zwar seit der Atombombe 1945 nicht ganz unbekannt ist, aber jetzt in einer Art und Weise begegnet, wo wir sagen, oh, wir können das ja jetzt im Moment gar nicht richtig beeinflussen, weil Atombomben können wir vermeiden, indem wir sie einfach nicht zünden, das kriegen wir hin. Aber Flutkatastrophen und Wirbelstürme und Überschwemmungen und gigantische Brände, das können wir nicht vermeiden. Akut können wir es nicht vermeiden. Wir haben keinen Einfluss darauf. Aber da muss ich jetzt mal ganz lustvoll reinkrätschen, und zwar mit meiner eigenen Biografie. Also ich sage immer gerne als ehemaliger Ostdeutsche und immerhin Teilnehmerin an einem geschichtlichen Ereignis, also ich habe die Wende in Leipzig wirklich erlebt, ist ja mittlerweile auch ein alter Hut, ich bin ja länger Westbürger als jemals Ostbürger, aber ein bisschen schwingt natürlich in der Beschreibung, die ich hoch interessant finde, und ich sage es jetzt mal, die Borniertheit des Westens mit, weil die Gesellschaft außerhalb des Westens, ich sage immer, die schönste aller Bundesrepubliken hat in meiner Erinnerung oder Vorstellung als Kind im Osten stattgefunden. Und diese schönste aller Bundesrepubliken, die wir nachgespielt haben mit unseren Puppen, weil die gesamte Westverwandtschaft uns natürlich mit Geschenken und Paketen und der Währung für den Intershop beglückt hat. Also diese schönste aller Bundesrepubliken geht ja gerade unter, aber die Teilnehmer dieser schönsten aller Bundesrepubliken bemerken dies nicht. Und ich komme mir immer vor wie auf einer Titanic, die jeden Tag fünf Zentimeter singt und die Musik wird immer lauter und dazu gehört auch, dass man sich die Untergangsszenarien ausmalt und vorstellt, aber man geht tatsächlich unter. Und es geht wirklich um den Kampf um neue Utopien, um eine Zukunft und es werden in meinen Augen gesellschaftlich ganz, ganz viele Dinge nicht verhandelt, die aber stattfinden, die existent sind. Zum Beispiel? Also ich glaube, dass wir gerade große politische Verwerfungen erleben, große politische, wie sagt man, die Welt wird gerade neu aufgeteilt, ohne dass ich das jeden Abend in den Nachrichten quasi erklärt bekomme, geschweige denn, darüber gesprochen wird. Also die politische Auseinandersetzung, ich kann jetzt immer noch leider mehr für die Bundesrepublik sprechen als für die Schweiz, ist glaube ich auf so einem Niveau von Reichweite und was da gerade in Afghanistan läuft, was da die Hintergründe sind, worum es eigentlich geht, warum der Westen auf die Art versagt hat, das wird glaube ich viel zu wenig diskutiert. Und wenn das eine Funktion von Kunst wäre, so etwas aufzudecken, dann wären wir natürlich hier in Nice mit dabei. Aber ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, eine Position, die man wirklich als Gesellschaft nur formulieren kann, wenn man schon ganz, ganz lange keine Krise mehr erlebt hat. Wenn man schon ganz, ganz lange sich nicht mehr vorstellen kann, dass alles, was wir erleben, auch ganz anders sein kann, ganz anders ausgelegt werden kann. Also Schlusssatz dazu, mit welcher Leichtfertigkeit wir manchmal hier in Nice Diskussionen haben mit Begrifflichkeiten, das geht bei mir persönlich schon bei dem Wort Ideologie los, mit denen so um sich geworfen wird, die alle für mich ganz anders besetzt sind, so wie wir gedacht haben, im Osten 68 ist eine tägliche Straßenschlacht, wo es um Leben und Tod geht, weil wenn wir uns bestimmter Literatur genähert haben, dann wurde man entweder von der Hochschule verwiesen oder bekam ein Disziplinarverfahren, also für uns war das harte Alltag, dann fiel die Mauer und man erlebte, dass es Lifestyle war, dass es sozusagen Diskussionsrunden, nette Diskussionsrunden waren, ohne wirkliche Eingriffe in eine persönliche Biografie, was es im Osten gab. Wenn man nicht weiterstudieren durfte, durfte man nicht weiterstudieren und waren bestimmte Lebenswege verwirkt. Also ich finde das hochinteressant, was Sie beschrieben haben, aber da fällt mir mit meiner Biografie nur zu ein, das ist eine wirkliche Ignoranz und auch wirklich eine gewisse Borniertheit des Westens, der sich wahrscheinlich für unsterblich hält oder für die siegreiche Utopie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und ich glaube, dafür werden wir alle bitter bestraft werden, weil das genauso nicht ist. Aber Toni, es war mir jetzt nur ein persönliches Bedürfnis, sorry, sorry, du kannst gerne kommentieren. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, auch wie Sie sozusagen dieses Potenzial dieser marxistischen Tradition beschrieben haben, auch wenn ich vieles da teilen würde, es kommt wahrscheinlich darauf an, auf was man wie in den Schwerpunkt liegt oder wie man da im Kopf hat, aber ich würde an was erinnern, um zu meiner Gegenposition zu kommen, dieses St. James Memorandum, was George Steinmann aufgerufen hat, das ist ja interessant, dieser Titel The Fierce Urgency of Now, das ist ja eine rhetorische Trope, die hat ja schon Lyndon Johnson verwendet, Obama hat sie ganz oft verwendet in seinem Wahlkampf, also ganz viele Politiker haben sich immer wieder auf dieses The Fierce Urgency of Now bezogen und Martin Luther King ursprünglich, ist aber wirklich, also man findet das in extrem vielen Reden und ich will auf einen Vortrag von David Welberry hinaus, wo er das rückübersetzt hat in das Jetzt der Lesbarkeit von Benjamin und das ist so ein bisschen, also das ist ja ein viel sozusagen oft aufgerufener Begriff, poetischer Begriff, aber ich glaube, der fasst schon etwas, was für uns eben aus der historischen, kunsthistorischen Perspektive oder generell aus einer historischen Arbeit heraus interessant ist, wie man das herstellt, also wie man dieses Jetzt, was Herr Schneemann angesprochen hat, wie man das wirklich konstruiert und das Modell von Benjamin ist ja letztlich, dass es sozusagen in der Vergangenheit gibt es ein Repertoire, das nennt er diese historische Empirie, da gibt es bestimmte Extrempunkte, die werden durch die Arbeit des Historikers, der Historikerin, werden die zu einer Konstellation zusammengesetzt und die erzeugt in Jetzt der Lesbarkeit aber nur, wenn sie das tut, das ist dann natürlich sozusagen, wir würden das dann eben kritisch beurteilen im Hinblick auf Ausstellungen oder auf Werke, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und nur wenn das gelingt, ist das natürlich auch überzeugend, wir haben historistische Ausstellungen gesehen, ich erinnere mich mal an eine von Yoko Ono im Museum of Modern Art, da war alles tot, da war nichts aktiviert, da war kein Jetzt der Lesbarkeit da, aber das ist ja wie sozusagen die tägliche Frage aller Kuratoren und Kuratorinnen, wie man dieses vergangene Potenzial neu zur Konstellation zusammensetzt, damit es eben in der Jetztzeit ankommt und damit es sozusagen die Fierce Urgency auf Now erzeugt und natürlich hat nicht jedes historische Material dieses Potenzial, das muss man selber wie ihr verstehen in der Arbeit, in der historischen Arbeit oder kuratorischen Arbeit oder auch künstlerischen Arbeit, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, was auch kein Imperativ ist natürlich, also man muss sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Ich verstehe jetzt nicht mehr genau, was das Problem ist. Nee, nee, es gibt nur Beschreibungen. Weil die Boniertheit ist natürlich völlig richtig. In dem Moment, wo man von Erfahrungsfragmenten und Erinnerungen ausgeht, ist man boniert, weil man ist eben entweder in Afghanistan oder im Kanton Zürich aufgewachsen und man ist eben entweder in Kreuzberg oder auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen. Das bildet komplett unterschiedliche Erfahrungsräume und jeder einzelne Erfahrungsraum schließt andere Erfahrungsräume aus und deswegen sind wir alle boniert. Das ist, finde ich, noch nicht so interessant. Interessant ist die Frage, welche Angebote haben wir denn noch im Rucksack, um vielleicht darüber hinwegzukommen. Und der Universalismus, der Aufklärung war ein Angebot, das Kant Manche Postulat, dass man als öffentliche Person eben nicht mehr zu seiner Schwester oder zu seinem Ehemann oder zu den Kindern spricht, sondern potenziell jeden Menschen damit anspricht, waren mal Angebote, um also genau diese Borniertheit zu überwinden. Das hat nicht immer so gut funktioniert, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so genau, welche anderen Angebote wir eigentlich noch im Petto haben. Und der Postkolonialismus mit seinem Neo-Identitätsdenken ist es sicherlich nicht. Also bevor ich an George weitergebe, Sie haben mich einfach vorhin auf die Idee gebracht, dass diese blinden Flecken, die existieren, die wir halt nicht zukunftsorientiert formulieren können, sondern immer in der Rückschau, da gibt es ja diesen berühmten Engel, diesen benjaminschen Engel, der immer nach hinten schaut, aber ich glaube, also jetzt habe ich den Faden verloren, also es ging jetzt eigentlich nur darum, darauf zu reagieren, auf das, was Sie formuliert haben, und wie kann man das durchbrechen und liegt da möglicherweise eine Funktion von Kunst, diese blinden Flecken aufzudecken, weil die vielleicht auch immer erst ihre Sprache noch erfinden müssen, weil die wirklich uns in Räume führen, in denen vorher keiner war, sowohl sprachlich als auch gedanklich als auch von der Konstruktion her, also vielleicht ist das dann auch eine substanzielle Vermittlungsrolle von Kunst, weil bei Kunstvermittlung wird uns beiden ja immer ein bisschen schlecht dem Christoph und mir, aber da könnte es sehr interessant werden, ja, weil das ist auch so ein industrielles Beiwerk, Kunstvermittlung, ja, aber anderes Thema. George, du wolltest noch was sagen und dann wollte ich unbedingt noch in die Runde öffnen, wenn es noch Fragen gibt von euch, die wir jetzt nicht abwürgen wollten, aber George? Gut, wahnsinnig komplexe Fragen, komplexe Themen, die ganz ausführlich diskutiert werden sollten, das können wir hier nicht leisten. Ausgehend vom Scheitern, ja, Ratlosigkeit spüre ich überall, egal in welchen Bereichen, dass ich mich bewege, und das gilt auch für den Kunstbereich, Ratlosigkeit ist im Moment omnipräsent. Wie könnte es auch anders sein? Also ich weiss nicht, ob ihr die letzten Reports vom IPC gelesen habt, ich meine, da haben wir wirklich jetzt ein Imperativ, der absolut dringend notwendig irgendwie etwas an Handlungsbedarf aufzeichnet. Es ist so, wir können tagtäglich in den Medien und so weiter lesen, was Sache ist, die Universität Bern hat soeben, also das Öschke-Zentrum für Klimaforschung hat eine Publikation veröffentlicht, die spricht davon, die nächsten 50 Jahre entscheiden über die Zukunft der Menschheit. Also ich meine, das sind dramatische Prognosen und nicht irgendwie einfach so ein Geschwafes, sondern das hat wirklich Hand und Fuss. Und das hat mit etwas zu tun, das mich tiefst beschäftigt und zwar deshalb, weil ich seit jetzt vielleicht 40 Jahren mich mit indigenen Kulturen auseinandersetze. Die Bernuporniertheit des Westens, wie du das gesagt hast, das ist wirklich ein riesiges Problem in der Wirtschaft, in den Naturwissenschaften, aber eben auch in der Kunst, die explizit immer noch eurozentrisch ist. Nun gibt es aber eine Form von Wissen, zum Beispiel von indigenen kreativen Menschen, die uns sehr wohl sehr viel sagen könnten, was für Möglichkeiten allenfalls auch noch da sind. Nur haben wir leider Gottes das Talent, denen nie zuzuhören. Es ist unabdingbar wichtig, dass diese Borniertheit des Westens und sage ich jetzt... Können Sie mal ein Beispiel geben, ein konkretes? Ja, kann ich ganz genau. Ja, weil es interessiert mich. Also, gut. Ich hatte ein UNAMANDat an der Klimakonferenz COP23 in Bonn, wo also mir diesen Zugang zu diesen sogenannten High Second Panels ermöglicht hat auf Ministerialebene. Da gibt es auch eine totale Klassengesellschaft, es gibt eine Public Zone, wo irgendwelche NGOs, Greenpeace und so weiter ihre Sterne haben. Aber die wirklichen Entscheidungen, die fallen natürlich am anderen Ort. Und in diesem Kontext war nie jemals ein Vertreter von einem indigenen Volk dabei. Ob das jetzt die Sami waren oder ob das die Inuit waren oder die Nenzen oder irgendwelche Apaches oder was immer. No Voice. Also eine ganz explizite, wahrscheinlich sogar bewusst inszenierte Ausgrenzung von bestimmten Formen von Wissen. Das ist ein Beispiel, ein weiteres Beispiel könnte ich jetzt aus deinem Jugendheim sagen. Ich habe jahrelang in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, habe das hautnah mitbekommen, was dort diese Arroganz von Westdeutschland bis zum heutigen Tag für Auswirkungen hat. Also irgendwo auf Rügen oder im wissenschaftlichen Kontext irgendwo oder in Potsdam oder so. Also das hat mich explizit immer gestört. Also dort sehe ich, wir sollten zuhören, was andere Kulturen uns zu sagen haben, damit wir diese Omnipräsenz von eurozentrischem Wissen endlich überwinden können. Und da dazu gehört eben auch, dass wir sagen, ja, wir sind ratlos, wir sind überfordert, damit, oder? Aber let's talk, wir versuchen etwas zu machen, oder? Und kommen wir jetzt nicht immer mehr daher, dass wir wissen schon dann und so, jetzt können wir wieder mit irgendwelchem Fracking oder mit irgendwelchen Technologien irgendwelche wahnsinnige Sachen technologisch lösen. Das ist nur eine Möglichkeit. Also das wäre ein konkretes Beispiel, wie zum Beispiel indigenes Wissen ausgegrenzt wird. Also ich finde, also nur als Zusatz, ich finde zum Beispiel auch, dass in einer viel größeren Offenheit diskutiert werden müsste, was dem Westen jetzt eigentlich in Afghanistan passiert ist. Dass man eben trotz 20 Jahren, glaube ich, auch wirklich, ich will das gar nicht denunzieren, ernst gemeinter, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Entwicklungshilfe, man gescheitert ist. Und warum ist man gescheitert? Vielleicht kommt man auch wirklich gegen bestimmte Konzepte nicht an. Also das heißt ja nicht, dass man den Westen deswegen denunziert, ich bin ein großer Verteidiger des Westens, aber vielleicht muss man einfach andere Diskurse eröffnen, um selber wieder auch Utopien entwickeln zu können. Also Sie haben mich jetzt eigentlich darauf gebracht, dieser rückwärts gewandte Blick, der auch vielleicht dann in der Kunst diese Überdimensioniertheit der Naturgefahren und der verletzlichen Natur und der geschändeten Natur, aber eigentlich geht es auch immer um uns als Gesellschaft, wo wir uns selber schänden, wo wir uns selber nicht eingestehen, dass es, um dich zu zitieren, ein Scheitern gibt, eine Abwesenheit von wirklichen Zukunftsvisionen, die beteiligen auf eine intelligente Art und Weise. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der den Westen schelten will, überhaupt nicht, ich fühle mich nach wie vor auch mit dem Mauerfall beschenkt, aber ich glaube, dass es andere Lösungsstrukturen braucht. Gibt es jetzt dringende Fragen? Ach, Ika, Entschuldige, ja? Ja, es gibt etwas, was ich schon vorher wollte, also Sabine, ich wollte eigentlich dich noch ein bisschen in das Gespräch mitbringen, in dem zu fragen, also wir haben jetzt diese größeren Themen hier von Kunst und Wissenschaft oder was die Wissenschaft, wie sie sich zu Kunst verhaltet, Kunst haltet. Du hast jetzt gerade hier eine Ausstellung kuratiert, also wie siehst du diese Fragen in Bezug zu der Ausstellung? Also, ja, was passiert da? Was ist dein, was hast du für ein Ergebnis oder ein Gefühl, was Erfahrung gemacht? Also, ich war mir, ist das auch, ja, ich war mir immer bewusst, dass ich hier an einem wichtigen Ort, aber in einer ganz kleinen Ausstellung agiere. Also, ich habe überhaupt nie den Anspruch gehabt, jetzt breit zu zeigen, welche Haltung dem Anthropozän gegenüber vorhanden sind und doch habe ich versucht, so, vielleicht so zwei Linien aufzuzeigen, also so einerseits so dieses rückwärtsblickende mit Pullien, auch technologiekritische und andererseits auch dieses, so heilende Ansätze oder alternative Ansätze, die Ansätze, die ich bei Dierica in der Arbeit sehe und auch bei Marie Velardy zum Beispiel vorhanden sind, also ich glaube, ich hatte jetzt, also für mich war das auch ein Einstieg ins Thema, obwohl ich auch schon an anderen Orten in diesem Thema in Bezug auf die Kunst gearbeitet habe. Also ich sehe, dass die Kunst eine wichtige Stimme hat oder beizutragen hat zu diesem großen Thema, aber auch, dass die Kunst die Themen jetzt nicht direkt, also das große Thema nicht lösen kann, auf jeden Fall. vielleicht mal so weit als Reaktion. Danke. Also, wenn es jetzt als Zwischenstand, als Zwischenauswertung uns erst einmal genügt, was ich denken würde, weil wir sind jetzt nochmal in neue Felder vorgestoßen und wir haben ja heute noch interessante Gäste, die das, glaube ich, sehr gut ergänzen können. Das, was wir jetzt eben gerade an Diskurs eröffnet haben, wenn es jetzt keine drängende Frage von euch gibt, würde ich sagen, machen wir jetzt Pause an dieser Stelle, weil in einer Viertelstunde, 20 Minuten geht es dann weiter mit Yvonne Volkert und Haaser und dann haben wir eine größere Pause am Nachmittag und machen dann um 17.30 Uhr weiter. Ist es okay oder habe ich jetzt irgendjemanden abgewirkt? Wäre mir jetzt Ja, Entschuldigung, deine, genau, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, ich hatte jetzt nicht alles im Kopf. Sorry, sorry, Thomas. Gut, ja, okay, vielen, vielen Dank euch, ja. Vielen, vielen Dank euch,